Hallo Leute und herzlich willkommen bei meinem Video. Heute werde ich mit meinem Bruder, der Dobermann, ein bisschen spielen mit dem A580. Und er hat gesagt, dass er ein Spiel hat. Bull, der Dobermann. Ich möchte gerne mit dem Dobermann spielen. Ich mag mit ihm spielen. Er hat viele Fähigkeiten. Mit dem Compact A780. Und ja, das ist alles schwer. Ich hoffe, dass ich spreche deutsch und sie gönnen mich. Ich muss mich betöten. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber... Fuck! Warum habe ich den Waffen geändert? Gewechselt? Motherfucker! Was ist los mit mir? Ja, und jetzt? Wo bist du? Ach! Es wird am besten, wenn du nicht viel mit dem Messer... Ich stöte mich... ...mich die töten... ...oder töten... Scheiße, ich weiß nicht, welche Werbe zu... ...zu nutzen... Aber ich hoffe, dass... ...die Meinung ist schon da... ...ja, wie bist du da denn? Ich kann dich nicht... Fuck! Ein bisschen lag... Weil ich... Weil ich ein Video... ...und ich habe nicht geschießen... ...ja, schade... ...schade... ...ja... ...du hast keine Schätze... ...ja... Was war... ...was... 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 Scheiße, wie kann ich das sagen? Man! Genug mit dem Messer! Ich weiß nicht, wie lange ist dieses Video... ...aber ist dieses Video... ...aber... ...ich werde... ...jetzt... ...ein Feinde... ...aidste... ich mag nicht mit diese sie spielen ich bin der beste am 780 kannst du das verstehen du kannst nichts schaffen mein bruder ich bin rassialo tschuldigung der dobermann aber es ist sehr schwer mit dem a7 zu spielen ja du musst ein bisschen halten mit dem hardscope weil das wird nicht ergebnisse bekommen verdammt also ich bedanke ihnen für aufmerksamkeit ich bedanke ihnen für ihre aufmerksamkeit und hoffe dass diese video war sehr nützlich es ist nicht es ist du w w w w w w w w Fuck!